Wird Bitcoin die strategische Reserve für die USA? Dazu gucken wir uns einige Informationen an. Und es gibt natürlich wichtige On-Chain-Daten, Veränderungen in Italien und in Griechenland. Wir gucken uns XRP-News an in Bezug auf den Rechtsstreit. Wird er vielleicht sogar niedergelegt? Da gibt es einige Neuigkeiten zu. Lass also noch schnell einen Daumen nach oben da. Und damit starten wir natürlich direkt rein ins Thema. Das allererste Thema, was wir mitbekommen haben, Das sind nämlich Gerüchte, dass Donald Trump in dem Moment, wo er die nächste Amtszeit antritt, gegebenenfalls Bitcoin als strategische Reserve anhäufen möchte. Und das würde vor allem damit in Einklang stehen, dass er sich ja sowieso immer so positioniert, dass America first kommt. Und das ist natürlich eine ziemlich interessante Thematik. Denn aktuell wissen wir, dass die USA 215.000 Bitcoin hält und erst dann China, dann UK und so weiter folgt. Ja, hier sind die Daten natürlich nicht mehr ganz korrekt. Deutschland hat mittlerweile die 50.000 BTC abverkauft. Das heißt also, hier sind wir natürlich deutlich stärker abgerutscht. Sollte das tatsächlich dazu führen, dass Donald Trump das Thema angeht, dann wäre das natürlich eine gewaltige Entwicklung und würde automatisch unheimlich viele Türen öffnen. Wir haben in dem Fall dann eine der größten Volkswirtschaften des Planeten, die sich dann nicht nur mit dem Thema auseinandersetzen, sondern die vor allem auch andere Länder dazu animieren könnten, dann eben auch auf Bitcoin zu setzen und hier entsprechende Reserven aufzubauen. Und dann kommen natürlich unsere Vorteile sofort eben auch zum Tragen diese maximale Limitierung von 21 Millionen Stück. Und das kann uns natürlich direkt diesen Boost geben, den wir hier eigentlich gerne haben möchten. Natürlich muss man aber auch hier erst einmal geduldig sein und uns angucken, oder wir müssen uns angucken, was jetzt hier eigentlich politisch genau passiert. Wir wissen, dass wir erst Ende des Jahres die Wahlen sehen werden. Und auch dann ist immer noch die Frage, ist das hier nur ein politisches Instrument, Bitcoin ins Spiel zu bringen, oder gibt es hier wirklich Ideen und Anregungen oder vielleicht sogar Themen, die Donald Trump dann mit seinen Gefolgsleuten und so weiter umsetzen möchte. Das werden wir gemeinsam herausfinden. Und sobald es da Informationen gibt, werde ich dich selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Das zweite wichtige Thema sind natürlich Onchain-Daten, die wir uns einmal angucken sollten. Und zwar sehen wir nämlich seit Juli den Bitcoin-Network-Hashrate-Drawdown. Klingt kompliziert, aber da geht es letztendlich einfach darum, dass natürlich durch die Halbierung, also durch das Halving im April, die Blockbelohnungen reduziert worden sind. Und dadurch ist automatisch auch die Rentabilität für die Bitcoin-Miner deutlich gesenkt worden. Das bedeutete eben auch automatisch, dass wir eben einen fallenden Bitcoin-Preis gesehen haben. Das hat sich mittlerweile erholt und solche Situationen gab es in der Vergangenheit immer wieder. Nur die größten Bitcoin-Mining-Unternehmen können sich natürlich dann auch durchsetzen und langfristig positionieren. Viele fallen dann eben raus und so findet eben immer mehr eine Zentralisierung statt. Wie zum Beispiel bei Marathon Digital. Die halten mittlerweile über 18.500 BTC und haben sich vor allem, und das ist das Spannende daran, sich nicht dazu entschieden, ihre Bitcoin-Bestände abzustoßen. Das heißt also, wir haben zwar eine sinkende Mining-Rentabilität, aber auf der anderen Seite ist die Netzwerksicherheit immer noch unheimlich hoch. Und wir haben aufgrund dieser ganzen Thematik trotzdem keine großen Abverkäufe. Denn meiner gesehen, natürlich gab es kleinere Parteien, die abgestoßen haben, also ihre Bestände abverkauft haben, aber die großen Player, die haben eher Bestände akkumuliert. Und das ist natürlich ziemlich positiv für den gesamten Markt. Und da ich immer wieder Rückfragen bekomme zum Thema, ey, wo kann ich mich jetzt eigentlich perfekt austauschen? Schau gerne mal unten in die Videobeschreibung. Dort findest du nämlich diese CryptoTools Community Telegram-Gruppe. Wir wachsen kontinuierlich von Tag zu Tag. Egal ob introvertiert, extrovertiert, das spielt gar keine Rolle. Wenn du dich einfach mit anderen freundlichen und vor allem eben auch wissbegierigen Investoren austauschen möchtest, dann ist das der richtige Ort für dich. Ich versuche auch so aktiv wie möglich in diesem Channel zu sein und würde mich freuen, wenn du auch dazukommst. Das nächste Thema, das wir uns ansehen sollten, da geht es vor allem um Italien und auch um Griechenland. Unter anderem ist es nämlich so, dass die staatliche Bank Casa Depositi e Prestiti SPA, ich kann es überhaupt nicht aussprechen, muss ich zugeben, mittlerweile sich dazu entschieden hat, digitale Anleihen im Wert von über 27 Millionen US-Dollar aufzubauen unter der Verwendung von ETH Layer-to-Polygon. Und das ist ziemlich spannend, denn das ist quasi der Versuch der Europäischen Zentralbank zur Forschung neuer Lösungen für die Abwicklung von Transaktionen mit Zentralbankgeld auf Blockchain-Basis. Und diese Anleihen laufen über vier Monate bis zum 18. November 2024. Und hier sehen wir quasi den ersten Schritt, sich mit dem Thema Blockchain und traditionellen Zahlungssystemen zu beschäftigen. Und es gab eben auch in Griechenland jetzt die Idee, eine Krypto- oder digitale Assets-Steuer aufzubauen. Das möchte man nun umsetzen. Das bedeutet also, Kapitalgewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren mit 15 Prozent soll das Ganze besteuert werden. Und natürlich soll es auch hier Gesetzeslücken geben, die dann geschlossen werden, ähnlich wie wir das in anderen Ländern auch schon gesehen haben. Dann gibt es gerade in Bezug auf die Bitcoin-Spot-ITFs einiges an Bewegung. Das haben wir auch die letzten Tage schon mitbekommen. Gerade BlackRock hat es hinbekommen, ihre Investoren hier wirklich aktiv zu steuern. und sie davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, die Assets hier eben auch zu kaufen. Und das führte letztendlich dazu, dass wir auch gestern wieder 102 Millionen US-Dollar an Inflows gesehen haben. Den Tag zuvor 110, den Tag zuvor 260 Millionen. Das macht richtig viel Spaß. Und es gibt zwar wenige Investoren, gerade die unglaublich viel Optimismus verspüren. Und das ist gerade messbar durch zum Beispiel die Daten von Sentiment, hier in gelb eingezeichnet. Das sind nämlich die Kommentare in Bezug auf Bitcoin oder in Bezug auf Kryptowährungen. Und hier sehen wir natürlich einen massiven Einbruch. Es gibt also grundsätzlich weniger Kommentare, weniger Interaktionen zum Thema Social Media in den letzten vier Monaten. Und das passt natürlich eben auch zu der aktuellen Situation, die wir gerade wahrnehmen. Aber trotzdem wissen wir auch, dass gerade die Situationen als Buy-the-Lib-Möglichkeiten wahrgenommen werden. Und das ist vor allem dann passiert, als wir eben preistechnisch bei ungefähr 53.600 US-Dollar unterwegs waren. Auch der Fear & Greed Index ist mittlerweile wieder etwas positiver geworden. Und gerade wenn man sich eben, wie gesagt, diese ganzen institutionellen Investoren anguckt, dann ist die Tendenz klar, man baut hier kontinuierlich Bestände auf, weil man ganz klar weiß, was in der nächsten Zeit vor entstehen wird. Wir werden nämlich einen sehr, sehr brisanten und positiven Bullrun erleben. Und darauf freue ich mich extrem. Und ich werde dich natürlich auch im Laufe der Zeit hier kontinuierlich auf dem Laufenden halten. Und auch die letzten Tage habe ich mich immer wieder mit dem Thema XRP beschäftigt. Und auch hier gibt es die Hoffnung von vielen verschiedenen Investoren, dass der Rechtsstreit endlich komplett erledigt sein kann. Und eigentlich war es hier geplant, dass am 18. Juli ein Meeting stattfinden sollte. Das wurde dann aber leider Gottes abgesagt. Und bei diesem Meeting sollte es sehr wahrscheinlich um die laufende Klage gegen Ripple gehen. Und die Absage ohne Gründe sorgte letztendlich natürlich für Enttäuschung, für Spekulationen in der ganzen Szene. Und wir sehen eben auch in dem Atemzug, dass der Preis hier nochmal um knapp 10% rückläufig war. Viele vermuten nun, dass die bevorstehende Genehmigung der ganzen ETH-ETFs erst einmal im Vordergrund steht. Darauf möchte sich die SEC erst einmal fokussieren. Und erst dann soll eben die Beilegung der Rechtsstreitigkeiten zwischen der SEC und Ripple dann endlich durchgeführt werden. Wir wissen ja, dass die SEC von Ripple eine Strafe von 2 Milliarden US-Dollar fordert. Und jetzt wissen wir natürlich aber auf der anderen Seite auch, dass das Handelsvolumen gerade mit diesem Anstieg hier ziemlich explosionsartig angestiegen ist, dass der Open Interest auf einen lokalen Höchststand eben steigen konnte. Und das führt letztendlich zu Hoffnungen. Ich persönlich glaube, dass diese Rechtsstreitigkeit auch wieder tatsächlich ad acta gelegt wird, dass sich das alles klären wird und dass dann eben auch Ripple den Aufschwung erfährt, den wir uns alle wünschen. In den letzten sieben Tagen sah es schon ziemlich positiv aus. Und sobald es hier die nächsten Schritte gibt, werde ich dich selbstverständlich auch auf dem Laufenden halten. Kommen wir noch zu einem Thema, das wir uns unbedingt ansehen sollten. Und zwar geht es hier um Deutschland. Deutschland hat, wie wir alle wissen, hier und da einige Schwierigkeiten. Und ich habe hier eine sehr spannende Grafik rausgesucht zum Thema Sozialausgaben und zum Thema Bruttoinlandsprodukt. Und dazu würde mich natürlich auch erst mal deine Meinung interessieren. Was denkst du, warum die Sozialausgaben gestiegen sind beziehungsweise warum sich das Bruttoinlandsprodukt kaum bewegt hat? Schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Ich persönlich glaube, mit der Recherche, die ich dann eben auch betrieben habe, dass das vor allem daran liegt, dass wir unter anderem vor allem Leistungen für alte Menschen und für Hinterbliebene zu leisten haben. Also in dem Fall spreche ich natürlich von Deutschland. Wir sprechen hier 2022 von über 475 Milliarden Euro, die das ausmacht. Außerdem hat Deutschland Ausgaben für Krankheiten, Invalidität. Auch hier sind die Ausgaben stark gestiegen. Wir sprechen von über 458 Milliarden Euro. Leistungen für Kinder, Ehegatten und Mutterschaft haben letztendlich Gesamtausgaben von 130 Milliarden Euro verursacht. Und dann kommen natürlich weitere Themen dazu, wie zum Beispiel die Finanzierung hoher Sozialausgaben durch Sozialbeträge der Arbeitgeber, versicherte staatliche Zuschüsse und so weiter. All das sind Faktoren, die damit reinfließen. Und das langsame Wachstum des Bruttoinlandsproduktes im Jahr 2022, das ja hier nicht unbedingt hoch war, hat vor allem dann mit dem demografischen Wandel zu tun. Das könnte eine mögliche These sein. Aber du hast sicherlich auch noch mal einige Gedanken dazu. Was wir außerdem mitbekommen, ist eben, dass wir gerade im Immobiliensektor wirklich große Probleme haben. Die Zahl der monatlichen genehmigten Wohnungen ist seit 2020 massivst rückläufig gewesen. Im Mai 2024 zum Beispiel lag die Baugenehmigung nur noch bei knapp 25,2 Prozent und damit natürlich deutlich niedriger als im Jahr 2023 zum gleichen Zeitpunkt, wo wir eben bei 43,9 Prozent lagen. Und das ist natürlich genau das, was wir nicht wollen. Der Immobilienmarkt sollte im besten Fall natürlich kontinuierlich größer werden. Die Wohnungssituation sollte im besten Fall besser werden. Aber das passiert leider aktuell nicht. Und auch hier hast du sicherlich einige Gedanken dazu. Die lass mich gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen, dass sich hier gerade beim Bitcoin einige Möglichkeiten auftun. Trump könnte gegebenenfalls Bitcoin als strategische Reserven einführen. Wäre das so? Wäre das unglaublich positiv? Wir haben über die On-Chain-Daten gesprochen und natürlich über die Bitcoin-Hashrate in dem Atemzug, dann über Veränderungen in Italien und in Griechenland, die ebenfalls sehr spannend waren. Wir haben uns die Bitcoin-Spotty-TF-Thematik angeguckt und warum vor allem BlackRock hier ganz vorne mit dabei ist. Wir haben über eine mögliche Beendigung der Rechtsstreitigkeiten zwischen Ripple und der SEC eben gesprochen. Und wir haben uns da noch mal einige spannende Daten in Bezug auf Deutschland angesehen. Immobilienmarkt, Bruttoinlandsprodukt, Sozialausgaben. Dazu gibt es einige Thesen und auch darüber haben wir gerade in Ruhe mal gesprochen. An der Stelle hoffe ich natürlich aber auch, dass dir dieses kurze und informative Video gefällt. Morgen geht es dann weiter mit dem nächsten spannenden Video. Ich freue mich auf dich. Lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da und dann freue ich mich, wenn wir uns auch morgen wiedersehen. Genieß den Tag und bis morgen. bis morgen, bis morgen, bis morgen, bis morgen. Bis zum nächsten Mal.